Also, wir hätten natürlich derjenige ausgewählt, die in Deutschland einen Text geschrieben hätte auf Holländisch. Egal, was geschrieben würde, die hätten das gelogen. Kein Problem. Aber leider gab es keine Texte auf Holländisch, es gab nur Texte auf Deutsch. Und weil ich so schrecklich schlecht Deutsch kann, wäre es total schwierig für mich, das Völkst zu singen. Hier ist der Text, das ist das einzige Mal, das letzte Mal, was ich von einem Text absingen. Habt ihr auch von Zettel? Ja, ok. Das bedeutet natürlich auch, dass ihr das singt und ich nicht. Ich versuche es nur zu singen, das ist nicht platt, singt bitte beide Malen mit. Das ist dann zweimal diese und zweimal diese. Zwischendurch haben wir zum einen singen, noch ein internationales Sturm. Lalalala, 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 wenn das klappt, klappt das auch. Was gut dabei dann? Wir haben noch mehr Hilfe mehr in der Gleichung, die wir auch gleich noch auf eine Hilfe von Leuten, die ein Teknist haben, damit man sehen kann, was man sehen kann. Sonst kann man es einfach machen, als man sehen kann. Das kommt ganz am Ende, das ist auch von den Beständen, nach wohl die Formen in der Lage, das spielt noch ein gewinnere Melodie, dann sehen wir hier den Ränke-Hand-Gans. Die Stimme, da sind zu besoffen, das ist das Ding. Egal. Arsch! Und er ist noch ein guter Mensch, das ist das Ding. Nein! Alles ist das Ding. Ach, natürlich! Klar, geht es schon. Hoch! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020